Musik 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 Neuer Trend 2016 Mono Augenbrauen Highlighter als Concealer benutzen Primer Hier und hier auftragen Weil es so orange ist Grüner geht natürlich auch Und Ja Bei den Lippen kann man rück Bisschen hinüber raus Weil Botox libt man sowieso schon immer in Und der Eyeliner muss auch nicht gleichmäßig sein Weil Das Gesicht ist ja Auf beiden Seiten Unsymmetrisch Muss ich schon sagen Und Man muss gar nicht zufen Man ist schon von Natur aus so Ja Mono Augenbrauen sind jetzt voll in So richtig schön in Und dann ist ja Bisschen verbinden Damit es ein Tee wird Also Wenn ihr den Trend nachmachen wollt Viel Spaß Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal